Da ist sie, die schwimmende Festung. So eine große Armee-Einheit habe ich noch nie gesehen. Bitte nähern Sie sich vorsichtig, Sir. Sie ist nach wie vor gefährlich. Die Musik ist doch lustig. Das ist auch so komische Musik. Also du hast eine ziemlich coole Einheit und zwar hast du den Helikopter. Du hast coole Helikopter. Videosequenz sei zu Ende. Ja, kommen Sie bloß, dass die einzelnen Teile aufeinander gebaut werden. Neues Einsatzziel erhalten. Ich bin mit einem Alliierten jetzt. Du hast Alliierte? Ne, du hast die Russen. Ne, du bist ja rot. Ich bin blau. So, ja. Du hast einen Flughafen, den müsstest du bauen können. Und da kann man Helikopter bauen. Okay, Moment. Airfield Super Reaktor brauche ich. Das sind aber auch ein paar Helden. Neue Bauoption wird gebaut. Zu wenig Energie wird gebaut. Das sind aber auch ein paar Helden. Sie haben die Dinge zum Einnehmen hier drinne dabei. Aber wir können gar keine Infanterieeinheiten bauen, weil wir auf dem Wasser sind. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Wir brauchen einen Brückenkopf, bevor wir Bodentruppen produzieren können. Ihr Tragflächenboot, was liegt an? Kannst du einen Flughafen bauen? Bau abgeschlossen. Ihr Tragflächenboot, was liegt an? Äh, ja, kann ich. Perfekt. Dann weißt du, was du zu tun hast. Ja, wir nehmen dir noch ein paar Einheiten ein, äh, noch ein paar Gebäude ein. Also ich muss einen Flughafen für je vier Helikopter bauen oder sowas? Ne, Helikopter kannst du unendlich bauen. Okay. Das ist ziemlich cool bei den Russen. Greenblade heißt das. Hier Tragflächenboot, was liegt an? Das Oberkommando hat den Bau des Sentry-Bombers gebilligt. Mit ihm können wir Bomben abwerfen oder Infanterie. Hä? Ich habe einen ziemlich coolen Bomber. Okay. Hier Tragflächenboot, was liegt an? Ich baue jetzt gleich einen Prospekt damit, um dann... Hier Tragflächenboot, was liegt an? Ich kann... Da gibt es ein... Das ist ziemlich eigentlich irgendein Art Helikopter, ist das. Moment. Das liegen bei dir das Telefon. Ich denke, ihre Geschütze sind diesem Kampf nicht gewachsen. Sie sollten besser umkehren, solange sie noch können. Soll ich mich ein bisschen umsehen? Unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Was sollen wir machen? Der Erzabbau hat's. Das ist vollkommen aus. Kannst du nicht langsamer Zeit? Wir müssen nicht langsamer Zeitてilen anderen atmosphär. Okay. Ein Sammelt! Also... Wir sind langsam heiß. Ja, wir werden gerade angegriffen. Ja, die Helikopter sind... Nichts so toll. Ja, schick die einmal rüber und mach die Schiffe kaputt. Ja, das hab ich erst gemacht. Sind nicht so toll? Na doch, die schießen in Ordnung, die schießen in MG und Scheiß. Also in der Masse sind die gut. Ja, die machen fast nichts zu den Schiffen. Wir mussten einfach... Das ist ja auch ein Panzer, also... Kann nix, aber... Aber du musst denken, ein oder drei machen nichts, aber 20 oder 40 machen viel Schaden. Okay, mach ich 20. Kannst du auch Lüfteinheiten angreifen? Ich bin das bitte irgendwo da. Ja, der ist ein bisschen angepisst, weil er nicht angreifen kann. Aber ich hab's geschafft, immer am Rand was hinzubauen. Ist das eigentlich wieder ganz... Ne, ist auch ein Teil kaputt. Dass ich hier mal Infanterieinheiten bauen kann. Ich hätte echt ganz kurzzeitig Schiss, dass er mit öfter läuft. Das Oberkommando übermittelt schon einen Notfallplan an den Flugzeugträger. Ich kann... Superbomber bauen. Unzureichende Mittel. Unterbrochen. Abgebrochen. Bau abgeschlossen. So, und hier ist eine Infanterieinheit. Also ich weiß nicht, ob du jetzt mit bei mir am Rand bauen kannst. Ich hab's geschafft, da so am Land was hinzubauen. Damit wir Infanterieinheiten bauen können. Unzureichende Mittel. Dann können wir hier eine Menge Gebäude einnehmen, wo wir Geld bekommen. Wir sind schattliche Einheiten entdeckt. Ich zeige euch die Gegend. Ich zeige euch die Gegend. Zerstöme, ich ziehe euch mal, Leute. Äh, kannst du so ein... ...heißt das Ding? Damit ich die... ...die Raffinerie nehmen kann. Von oben... ...von unten links. Bei mir. Hm. Äh, was meinst du damit? Also du kannst... Ich hab hier vorne so ein Teil gebaut. Damit kannst du eventuell auch... ...was bauen. Ich weiß es aber nicht genau. Ja, ich kann dort etwas bauen. Aber... ...brauch das nicht dort. Ich brauch's auf der anderen Seite an mir. Dort ins Wasser. Achso, du meinst das Teil hier, ne? Nein, nein, nein. Ich mein... ...wie machst du das Zeichen dort? Mit B. B. Das mein ich... Achso, äh, da musst du ein Infanterieinheiten bauen. Also das bringt schon was. Da kannst du Infanterieinheiten bauen. Und die musst du so nach hinten schicken. Warum? Äh, weil man kann die nur auf dem Wasser auf dem Land bauen. Aber die sind amphibisch. Die können es auch so. Nein, nein, nein. Ich will... ...ähh... ...Tiberium von dort sammeln. Von der linken Seite. Ne, das ist aber ein Turm, den musst du mit der Infanterieinheiten einnehmen. Das ist ein einnehmbarer Turm. Machen wir mal ne kleine Kreuzfahrt. Hä? Warum meinst du das? Ein Sammler wird angegriffen. Bist du mein Beacon? Ja, der ist ja vorne. Der ist hier, ja. Du meinst, ist ein Turm da? Das ist ein Turm zum Einnehmen. Oh, okay. Ich hab gedacht, das wäre ne Miene. M-m, das ist ein Turm zum Einnehmen. Okay. Oh, das ist doch echt nicht nett. Du kannst keine Luftanheiten angreifen damit, oder? Äh, ich glaub doch. Testen, ja. With Guns and Rockets, sagt nicht. Äh, doch. Anti-Surface Air Transport. Ne, kann ich keine Luftanlage halten. Okay, ich bau mal deswegen extra mal Boote, die das können. Ausbildung. Ich glaub, ich klau mir jetzt das Kraftwerk, dass ich die. Hahaha. Hier traf ein Boot. Was liegt an? Klingt cool. Alles in Ordnung bringt. Klingt cool. Holt sie vom Himmel. Ihr Traumflächenboot, was liegt an? Amüsieren wir uns. Hey, verschwindet von hier. Zerstöre ein Wartestellung. Ab ins Wasser. Ihr Traumflächenboot, was liegt an? Wir kriegen das hin. Das wollte ich noch haben. An diesem Schiff kommt niemand vorbei. Traumflächenboot. Holt sie vom Himmel. Wir vertreiben sie. Ja, ich krieg's ja schon hin. Das Radar leuchtet auf. Kannst du kurz was wegen dem Pandaria tun? Ich schick meine Einheiten. Ich weiß nicht, wie schnell die sind. Hier vorne, äh, wo mein Teil hingebaut wurde. Ja. Ich meine, ich kann jetzt halt alle trollen und so, aber... Ah, zu spät. Kann ich hier immer noch was bauen? Das ist eine gute Frage. Unzureichende Mittel. Geben sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs. Das ist dumm, wenn die alle nicht synchron sind. Ja, ich kann jetzt mal was bauen, das ist gut. Unzureichende Mittel. So, versuchen wir's nochmal mit dem Ingenieur, ne? Im vierten Schick ich inzwischen los. Ja, ich glaub, schwer wird die Mission nicht. Ich lösch mir meine Beacons. So, jetzt hab ich's. Ah, meine Bomber sind langsam einsatzbereit. Muss ich eigentlich nur bestimmte Ziele zerstören, oder? Allgemein. Ja, ich glaube, die zwei grunden Dinge. Oh, ich hab doch gesagt, das ist nebelst krass, das ist heiter. Da hin, bitte. Jetzt schwimmt dein Ingenieur da rüber. Auch cool. Hast du auch eins dort hingeschickt? Äh, ich nehm die unten ein, an der Insel. Du kannst die beiden oben einnehmen und ich nehm die beiden da unten ein. Wär so meine Idee, nenn ich der. Und dann machen wir von 15 auf 5. Das Dumme ist, die Russen können ihre Einheit nicht reparieren. Die sind nämlich nicht sozial. Oder wie würdest du das sonst nennen? Ja, ich versuch's einfach mal. Ich kann da jetzt auch Einheiten abwerfen, aber... Oh, ja. Muss ich erstmal umrüsten auf Bomben, oder was? Wir tun, was getan werden muss. Ihr Tragflächenboot, was liegt an? Unzureichender Mittel. Ja, Sir. Wie? Ach so, ich kann die nicht direkt zerstören. Ich kann mich nicht erst zerstören, wenn ich das kaputt gemacht habe und dann das kaputt gemacht habe. Aber ich sehe sofort, ich schläge ja den Lufteinheiten Luftabwehr zum Teil. Das ist auf jeden Fall mein Ruder. Ich fliege da nochmal rein. Mal sehen, was passiert, ne? Äh, äh... Achso, das sind's... Feuerbefehle, mein Gentleman! Ich muss das an die... äh, reinhalten. Ja, Jungs! Hier sind wir da! Haben Sichtkontakt! Ja, die sind auf jeden Fall stark. Oh, nein. Ich halte auf, meinen Schack abzuschießen. Das ist nicht nett. Yay, Luftangriff. Was kommt denn als nächstes? Na, die noch. Okay. Das passt. Was haben wir das denn? Ah, ne Zeitbombe! Das ist aber schön. Oh! Ich hab noch einen Ingenieure rum. Bam. Äh, bei dir hängen noch ein paar Ingenieure rum, die nichts machen. Ja, einer hab ich mitgeschickt. Äh, ich brauche Anti-Air. Etwas da greift meine Helikopter an. Ja, warte mal rein. Was sollen wir machen? Ich zeige euch die Gegend. Mach mal ne Nummer mal draus. Jetzt sind die jetzt zwei. Auf geht's. Unzureichende Mittel. Das sind aber wenig. Sieht irgendwie mehr als auf der Karte. Ich zeige euch die Gegend. So, was war denn? Welche fliehen? Eine Einheit wird angegriffen. Danke. Hahaha. Hat einmal in die Mitte von mir reingeschossen. So, weiter geht's. Ja, ich war jetzt mal ein bisschen mit hinterher, ne? Weil sie nicht ärgern wollen. Achtung, dass er vorne der Verteidigungsturm kann. Lufteinheiten angreifen. Warte. Das ist doch ein guter Ort für eine Zeitbombe, oder? Ich hab auch etwas. Orbital Drop. Mal sehen, was passiert. Der Tag noch um. Unzureichender Mittel. Schönes Gewässer, ha? Ich zeige euch die Gegend. Natürlich, mein Freund. Was liegt an? Jetzt? Was sollen wir machen? Frankreichboot. Schönes Gewässer, ha? Warte, ich halte da oben noch die Verleidigung aus. Machen wir mal. Okay. Oh, die Schiffe, das ist eigentlich ideal. Weißt du das? Die Kombo ist echt krass. Weil ich kann die einfach alle deaktivieren. Was soll ich denn? Eine Einheit wird angegriffen. Was liegt an? Eine Einheit wird angegriffen. Äh, machst du die beiden Gebäude kaputt, dann kommt auch nichts mehr Neues raus. Ja. Oh, verdammt. Ja, jetzt wo mein Air Defense nicht hier ist, dann kommt natürlich hier nichts mehr. Unterbrochen. Jetzt hocken die in meiner Basis rum, ja? Warten auf Befehle, bringen wir es hinter uns, mein Name. Unzureichender Mittel. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Die in Traubflächenboot. Warte, ich kann dir die Verteidigung ausschalten. Wir sind vom Himmel. Amüsieren wir uns. Wenn ihr das mitmacht. Ah ja. Ich versuch's zumindest. Stört die Waffensysteme. Was liegt an? Natürlich geht das nicht. Okay, ich schicke die erstmal zurück. Oder schalte die mal um. Und erstmal zurück zur Base, würde ich sagen. Reparieren. Du. Weil du sozial bist. Ja, weil ich sozial bin. Nein, nein, sie sind ja nicht sozial. Ich weiß nicht, ich würde es wissen, wie ich mich anders bezeichnen soll.